Schottlandreise Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil unserer Schottlandreise. Viel Spaß! Liebe Zuschauer, wir können uns in die Musik beillaui eieren. Dann noch eine Klasse. Dann noch ein Klasse. Schuss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Heute ist so ein warmer Tag, dass man tatsächlich mal ein bisschen reingehen kann ins Wasser. Wer hätte gedacht, dass Busfahren so cool sein kann? Wir können ja über alles drüber gucken. Wir sitzen nämlich ganz hoch. Das können wir jetzt eine Stunde lang genießen. Hier in Schottland wachsen überall in der Wildnis Brombeeren und auch Himbeeren. Das ist wirklich krass. Da kann man es nicht richtig satt essen. Satt essen, ja. So viel. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier gibt es solche Hochland-Kühe. Die sehen total cool und wild aus. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.